Das sind die teuersten Cookies in Berlin, aber ob es auch die besten sind, finden wir heute heraus. Let's go! Ich bin in Berlin-Mitte bei einem ganz neu eröffneten Laden und er gehört Dutt. Dutt hat zuvor in der Tech-Branche gearbeitet, aber hatte schon immer eine riesige Liebe für Cookies und deswegen jetzt der erste eigene Cookie-Laden. Diese Cookies sind aber nicht nur so speziell, weil sie ziemlich groß sind, sondern auch, weil sie verschiedene Toppings haben. So gibt es zum Beispiel einen Apple Crumble Cookie mit zimtigen Apfelstücken obendrauf, einer Mascarpone-Creme und Crumble. Sehr nice! Und vor allem die Textur der Cookies ist einfach perfekt, weil sie außen total knusprig sind, aber innen super weich und fast schmecken wie so ein ungebackener Keksteig in der drin. Ich fand den richtig gut und ist für mich eine 9 von 10. Als nächstes probiere ich den Schwarzwälder Kirsch. Auch den finde ich ziemlich gut, vor allen Dingen auch, weil der Schokoladenteig nicht zu süß ist und einfach eine perfekte Konsistenz hat. Der ist für mich der beste 10 von 10. Dann gibt es noch diesen hier mit Chai Spice, mit einer super vollmundigen Buttercreme oben drauf. Schmeckt der süß, aber gleichzeitig auch ziemlich nach Zimt, was ich sehr gerne mag. Und der ist für mich eine 10 von 10 oder vielleicht sogar eine 11 von 10. Das sind natürlich auch die Classics, wie den Chocolate Chip Cookie oder hier den dunklen Triple Chop. Was ich euch jetzt noch nicht verraten habe, ist, all diese Cookies sind egal.